Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Heute fällt er. Heute fällt er. Der gute Blammenfeuerprinz Lord... Oh, warte mal. Erstmal die Axt auswählen. Auch wenn ich glaube, dass die andere Waffe cool ist, aber die muss ich... ...da muss ich erstmal normal spielen. Acht Stunden später ist er optional. Nee, ich bin schon relativ weit und gut. Und krieg erstmal eine auf die Fresse. Das war Karma. Und noch eine auf die Fresse. Jawoll. Jetzt sollte ich mich heilen. Ach, diesen... Okay. Okay. Ja, ist ja gut. Das ist jetzt... Da wird die große Fresse bestraft von eben. Hahaha. Da wurde die große Fresse erstmal richtig bestraft. Oh Mann. Ja, okay. Typisch. Jetzt aber, Leute. Ja, das ist ja gut. Guck mal. Du kannst du mal das hier. Danke. Warte. Danke. Vielen Dank. Danke. Danke. Diesen habe ich immer noch nicht richtig raus, wenn er sein Beinchen hebt. Ups. Bei dir reingeschaut? Ja, ich habe mal einmal kurz... Ich habe den Clip mit... Ich weiß gar nicht... Nee, mit dem... Mit dem Glocken... Mit dem Glockentyp... Habe ich einen Teil davon geguckt. Ich weiß gar nicht, die viel zu sehen. Ich habe den Clip mit... Also wiedergegeteilt das im Clip mit mitten. ich kann es nicht einfach zurück. Ich bin sehr einfach auf das Errege... Ich habe einen Blumen zu verkaufen, wenn der Blumen zu verkaufen ist. Ich kann es nicht mehr schaden, Ich kann das nicht mehr schaden, Ich kann es nicht mehr schaden. Ich kann es nicht mehr schaden. Das habe ich nicht richtig gesehen. Okay. Aaaaaah! Aaaaaah! Oh Gott! Jetzt weiß ich wieder nicht... Kann ich mich hier hinter so einem Ding verstecken? Aaaaaah, guck mal. Okay. Zu früh. Zu früh. Zu früh. Woops. No. Puh. Ach, jetzt genau. Du bist doch eine Ratte. Ey, das ist doch... Aaaaaah! Nein! Nein! Wie gemein! Wie er jedes Mal wegrennen. Mein erster Eindruck, das ist ja schon nicht mehr der erste Eindruck. Aber ich bin begeistert. Es ist ein großartiges Spiel. Ich bin gezwungen. Ich bin weg. Mein erster Eindruck von Angst. Ich bin weg. Die Erinner. Da... Ich bin weg. ein bisschen ärgerlich gerade ach mist ok Ha, ärgerlich. Okej. Jetzt. Ey, das ist so nervig. Liebe auf den ersten Blick. Für Platin, okay. Durch die Säule durchgehauen. Ne, die Säulen gehen ja auch kaputt. Wenn er draufhaut. Er macht die ja kaputt und das ist dann wieder... Das ist okay. Ey, die Gegner hauen nicht durch ihre Teamkameraden durch. Und können nicht durchschießen und durchstechen und solche Späße. Also vorhin hat mich mal einer durch den anderen durchgetroffen, aber... Uff. Daniel, alles klar, vielen Dank. Hahaha, der zweite. Oh, diesen Tritt. Jetzt. Eieieieiei. Keine Heilung mehr. Ärgerlich. Ach, der tritt. Und der Springer von oben, dem... Ich war zu kurz. Ich war zu kurz. No. Aber wahrscheinlich wäre ich eh nicht durch die zweite Phase gekommen, mit einem Heiltrank und so gut wie kein Leben. Eher kritisch. Ich war zu kurz. Was ist das? 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 Oh 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 Mist. Oh, scheiße. Oh, wie dumm. Ich hab's nicht gecheckt. Oh. Oh, ich hab's nicht gecheckt. Dass er den, dass er den Feuerblödsinn macht. Oh nein. Das war richtig knapp jetzt. Mmh, ärgerlich. Oh, so knapp. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich hab's ja selber gesehen und dachte, ach, bisschen geht noch. Bisschen geht noch. Ah, stimmt. Boah, dass da auch nochmal ein zweiter durchkommt, ey. Wenn der so nah passiert, dann hab ich keine Chance. Ah, der von oben. Ah. Da kommt mein Schlag nicht durch. Jetzt hat... Jetzt hat... Ja, ich weiß. Missed. Na bitte, geht doch. Schön, nice. Leistungsverstärker, Flammenverstärker, Flammen, Schleifstein, cool. Ähm, jetzt warte mal, kann ich diese Schleifsteine... steine werden die verbraucht ja die werden verbraucht okay und nur der nicht den hätte ich die ganze zeit hätte ich in flammen oder hat den elektro benutzen können noch zusätzlich nice super so 14.000 gehe ich damit leveln ich sollte damit leveln gehen ich sollte damit auf jeden fall leveln gehen und im hotel grad gibt es jetzt den venini na dann schauen wir doch mal hin story time so was hast du mir zu sagen also ok nehmen erstmal noch nicht hast du noch was neues mir zu berichten alte lady glotz die ganze zeit auf dieses bild bist das du wahrscheinlich ne ja das bist du was würdest du gerne wissen eigentlich nix noch den habe ich doch noch gar nicht gerettet hi yeah there you are my boy my savior yes that's the word you took back the factory and i cannot thank you enough without the factory no more new puppets the army has run out of recruits my friend you saved well all of us ah but listen to me going on and on about my concerns and i don't believe i've even introduced myself senior lorenzini venini gentlemen bon vivon and at the moment utterly at your service my friend if the name venini rings no bells perhaps you've heard of kratz prince of high society that is because they are one and the same just two of the many names i've collected in my three decades here on earth while i sincerely believe meeting venini is its own reward i have not rewarded you in the more traditional manner okay please take this ja gib bitte it will be safe with you it's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder i hope you'll put it to good use okay what schleifer modifizierungswerkzeug du kannst bei venini oder einem stargazer einen speziellen schleifstein auf einem schleifer ausrüsten es gibt verschiedene arten von speziellen schleifsteinen die deinen waffen unterschiedliche effekte verleihen du kannst den effekt eines speziellen schleifsteins nur einmal im kampf verwenden er lädt sich allerdings wieder auf wenn du einen stargazer besuchst oder dich dort wieder belebst okay my eyes do not deceive me i never imagined i'd actually see it again and in the flesh so to speak i just designed it set it aside and never got back to it genius and the claim can keep one quite preoccupied i'm afraid you are really interested in the arm i see then my friend you shall have it it just needs a few mechanical adjustments to fit your particular needs and frankly this design is almost child's play to me now so let's start by making it a bit stronger shall we okay i will also add what we brilliant inventors call modularity that means it will be much easier to improve and repair since you will be able to use commonly found parts you might say this arm's new abilities are legion okay too much it was too much hat er mir jetzt auch noch eine legionswaffe gegeben kann ja nicht geändert werden so repariert sofort waffenhaltbarkeit nee das ist es nicht der hat mir doch gut also die sind ja klar oder also das ist hier mache ich einfach ein elektro auf meine der wird verbraucht das ist das ist klar material legion kaliber legionswaffe modifikationsteile eine ok ich muss glaube ich einmal kurz hoch an den legionswaffe hauptteil der zentrale kern der flammen des königs fuoco eine legionswaffe mit immersiver feuerkraft kann mit handwerksmaschine venini handwerksmaschine hergestellt werden okay so hier ist das ding ein modifikationswerkzeug das es erlaubt spezielle schleifsteine an einem schleifer zu montieren spezial schleifsteine können mit einem schleifsteine ausgetauscht werden wollten in der lage sein dynamisch auf das sich ständig verändernde schlachtwahl zu reagieren zu diesem zweck wurden spezielle schleifsteine hergestellt flammeschleifstein ein spezieller schleifstein der an einem schleifer montiert werden kann kann ausgehen wenn der schleifer beim benutzen beim blocken benutzt wird spezielle schleifsteine hergestellt nun kann man okay beim blocken benutzen jetzt will ich aber nicht brauche ich gerade nicht die legionswaffe kann mit einem legionsstecker hergestellt werden benutze dazu die venini hier das ding wahrscheinlich nur die uns war für herstellen lamberge des ex machinima gewicht physischer angriff eine legionswaffe die einen bewegungsempfindliche landmine installieren kann okay witzig pandemonium eine legionswaffe die eine klebrige säurehaltige substanz abfeuert sie verätzt feinde die sich in die große säure lache treten die sie erzeugt okay aegis eine legionswaffe die gegnerische angriffe mit einem linken arm blocken kann oh das ist ein schild oh das finde ich cool halken augen eine legionswaffe die panzerbrechende granaten aus der ferne abfeuert auch cool aber ich glaube ich gehe mal mit dem schild ah mir fehlt noch ein gegenstand dafür ah okay und hier habe ich den gegenstand ja dann muss ich die flammenberge herstellen du kannst ausverkauft wait what leistungsstarker flammenverstärker ausverkauft legionsstecker okay das habe ich jetzt habe ich jetzt einen scheiß gemacht tauschen achso hä ne aber das ist doch noch zu hätte ich jetzt auch ne das ist dann die 1 modifizieren ah moment okay eine legionswaffe und das macht feuerwelle erhöht die reichweite der feuerangriffe hier kann ich ah da kann ich das drücken feind ah da kann ich mich ran ziehen zum feind okay bewegliche ladung ermöglicht das bewegen beim aufladen von elektro den elektro dinger sehe ich nicht so wirklich blamme finde ich schon irgendwie nett aber hier gibt es ja dann auch noch abgefahrene sachen block angriff erlaubt waffenangriffe beim blocken oh ja das ich behalte mal die modifikation für den arm sobald ich dann eigis habe so dann einmal zu hier hinten zu geppetto weil ich habe ja jetzt und das nervt mich ein bisschen das habe ich beim letzten mal oder beim vorletzten mal in der vorletzten folge ein bisschen verpeilt wie die nummer hier funktioniert jetzt weiß ich es weil es mir danach aufgefallen war und zwar hätte ich gerne eben diese beiden slots gehabt mit einer mehr puls zelle und hier muss ich jetzt hier reingehen und dann hat er mir gesagt kann ich nicht und das war das was mich verwirrt hat du kannst nicht mehrere quarte desselben typ ich hätte hier einfach einmal rb drücken müssen dann wären mir die anderen angezeigt worden das kann ich dann einsetzen jetzt habe ich schon verkackt rückgängig machen geht glaube ich nicht mehr wenn ich es richtig verstanden habe also block regeneration wiederherstellung aufwertung verbessert block regeneration wiederherstellung wenn feinde angegriffen werden finde ich gut aufwertung für ladung von entladenen pulszellen nach tödlichem angriff auf was ist auch gut verringert den erlittenen schaden wenn pulszellen entladen sind nicht schlecht schaden beim ausweichen verringert den erlittenen schaden beim ausweichen ne was gibt es hier noch legion wird bei mir naja legion ist das alles mit legion wiederherstellungsgeschwindigkeit des schleifers ok lädt fabel auf wenn perfekter block erfolgreich verringert den ausdauerverbrauch von ladungsangriffen komm ich ab aktuell super mit klar wer hatte den ladeeffekte von legionsmagazin auf erhöht die durch eliminierung von feinen erhalt eine menge an ergo besitz limit für verbrauchsgüter bin ich jetzt glaube ich noch nicht ans maximum gekommen für wurfobjekte also in dem fall blockregeneration wiederherstellung ja das will ich haben genau und jetzt habe ich nämlich den plus 1 oben bekommen ja form ändern keine formen gespeichert ok alles gut passt so und dann müssen wir gleich noch mit dem schleifer gucken wie das funktioniert jetzt erstmal leveln 14.000 seelen ergo wollen natürlich verwendet werden einfach in einfach vollgas in leben ballern nee leben war bis jetzt ok so ist gut schleifstein wechseln ja packen wir den rein fast und jetzt einmal ins zentrum der venini werke weil wir dort ich weiß nicht genau was wir jetzt tun müssen noch ehrlich gesagt wir haben keine aufgabe gekriegt habe ich eine aufgabe gekriegt ich glaube nicht ich gucke mich einfach noch ein bisschen hier um weil ich noch nicht fertig bin so also wenn ich jetzt moment nee erstmal möchte ich hier wieder den normalen schleifer rein haben den hier genau der hat jetzt eine modifikation jetzt habe ich die flamme auf der axt und es ist verbraucht ja funktioniert doch und wenn ich jetzt zum leuchtfeuer gehe und wieder raus gehe ist er wieder aufgeladen also sepp ich hoffe ich konnte dir helfen du musst du musst den benutzen wenn du blockst wenn du blockst und dann x gedrückt als für den schleifstein dann wird der effekt aktiviert mir gefällt es gar nicht dass da ein fass steht das eine rote lampe obendrauf hat und dieses fass auch noch rot ist schnell weg hier feuerkanister cool ist das hier wieder giftige grütze oder ist das normales wasser das ist normales wasser okay ah ich würde das gerne probieren ah jetzt brennt er cool hat mir jetzt hier nicht so viel gebracht weil die mehr leben haben habe ich irgendwas übersehen nicht dass wir hier jetzt loot vergessen ich weiß gar nicht wo ich hingehe was ich hier soll ehrlich gesagt wo kommst du denn her ich habe gerade dachte ich noch so hey da hat doch gerade irgendwas hinter mir geräusche gemacht ha 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 ihr schweinebacken ihr schweinebacken ihr schweinebacken ey stopp nein das wollte ich nicht heilen bitte jawohl haben die mich einfach in das explosionspass reingeschoben jammy's eiserner schutz was ist das ist das ein verbrauchsgegenstand beschützt vorübergehend das aktuelle ergo selbst im tod ach so okay warum gehe ich jetzt gerade in die mine warum warum bin ich in einem steinbruch ich hätte mal mit geppetto reden sollen vielleicht hätte der mir gesagt was ich hier suche ich habe ich habe gesehen dass du dahinter bist habe gegen die wand gehauen aber sie ist leider nicht kaputt gegangen dunkelmond mondstein des bundes okay jetzt habe ich nicht aufgepasst weil ich im chat gelesen habe warum schicken wir den spieler jetzt sind das minen level so spieler hinterfragen sowas nicht brauchen keine story und die entwickler wenn sie miteinander reden warum warum geht es hier jetzt in die mine das interessiert die leute die das spielen sowieso nicht die sind das gewohnt aber tatsächlich tatsächlich gehe ich jetzt doch mal zurück und versuche auszuwinden was überhaupt unser plan ist weil wir haben geppetto gefunden und benini befreit ist jetzt nicht ist jetzt nicht vielleicht an der zeit dass die zwei ihren scheiß selber in griff kriegen den sie verzapft haben ist doch bestimmt einer von denen schuld was hast du eigentlich du bist ein händler was verkaufst du ach guck mal der verkauften elektro blitzschleifstein und faser verstärkte fütterung nice okay und halt solche keine ahnung kurbeln wo ich noch nicht genau weiß für was die jetzt waren steht wahrscheinlich sie verändert die fähigkeiten eines griffes aha so hattest du jetzt noch ein story teil für mich kann ich helfen schleifstein wechseln reden der puppen waren niemand kennt den auslöser des puppen waren warum ausgerechnet an diesem tag es war furchtbar ein gewalttätiger amoklauf den ich nie vergessen werde okay ja ich bin auch der meinung dass geppetto da eventuell seine finger im spiel haben könnte was meinst du sophias kräfte monatslampe die hat nix was mich jetzt brennend interessiert geppetto komm mal her ich glaube wir müssen ein wörtchen reden ja ich war ich habe nicht eine künstliche künstler in krad es ist nicht so herrschung dass einige künstler die weg vom großen kraft wöchern ich habe keine künstler die künstler ich habe keinen künstler ich kann künstler die künstler künstler Ja, das ist die große Frage, Kollege Schnürbacken. Das ist nicht so, wie du es erinnerst, oder? Frag mir irgendwelche Fragen und ich fülle die Gäste. Entschuldigung. 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 In dem Fall. Äh. Kannst du mir noch was erzählen? Stalker. Ja, ne. Das sind halt so, so Camper. Hey, das ist ja jetzt, also, minimal ungeschickt. Leute, warum sagt mir was keiner... Warum sagt mir keiner, was ich tun soll? Ich bin eine Puppe, die Befehle befolgt. Ich kann zwar lügen, aber trotzdem befolge ich gerne eure Befehle. Ladies and Gentlemen. Wenn ihr mir keine Befehle gebt, ist der einzige Befehl, den ich kenne, weiter geradeaus. Äh, mir ist noch was eingefallen. Ich war an einer Stelle in der Fabrik war ich noch nicht. Ich äh ja nicht. Oh 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 oh. Wie liegt hier? Jetzt, da kommst du also her. He, 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 he. Wusste ich, dass du da nochmal rausgerannt kommst. Das ist eigentlich Quatsch. Achso, doch, wenn ich das jetzt so mache, dann schleift er sie ganz normal. Ja, okay, läuft. Aua, aua, was? Zweimal hintereinander? Schweinerei. Nee. Was war das denn jetzt? Ein toter Pinocchio. Mann, 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 Mann. Leute, 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 Leute. Dieser Pinocchio, ne? Wollt ihr eigentlich einen perfekten Block machen? Wollte ich schon wieder. Hat nicht so ganz funktioniert. Okay. Lag da noch was? Da liegt noch was. Sternfragment. Habe ich immer noch nicht so ganz rausgefunden, für was das ist, aber... Irgendein Verbesserungsmaterial. Dann laufen wir halt wieder unten entlang. Hoop. Ups. So und dann nach oben Ah ne der wirft ja mit so komischen Sachen Da lag ja das Problem Ach und von oben noch einer Aha Wow Fällt man erst mal drei Kilometer tief Ich komm wieder Na du hast auch noch Loot liegen lassen Gib bitte Säge Zahnrad Buster Hallo Hi Aua So jetzt Adley Mensch Leute Termit Was ist hier drin Kopf einer großen Rohrzange Ehrlich Wirklich Das ist der Loot den ich hier kriege Eine Rohrzange als Waffe Also bevor ich eine Rohrzange nehme bleibe ich auf jeden Fall bei der Feuerwehr Axt Die nämlich ziemlich ziemlich cool ist Ich finde die Feuerwehr Axt mega Ach ne Feuer mit Feuer bekämpfen Komm her du Komm her du Komm her du Komm her du Läuft Läuft Räger Amulett Na da kann ich Räger dann kann ich mehr Sachen tragen wahrscheinlich Ne Kann ich Mach ich keine Keine mittlere Rolle Wenn ich viele Sachen dann hab Hm Weiß nicht ob ich das was ich momentan hab ändern sollte Ah ja guck mal Stargazer Mondschein Stadt Schee Das ist doch Schee Benutzen Jawohl Bast schon Wir sind fein Diese Legionswaffe hab ich noch nie benutzt Ey Gemini Finde ich so geil Weil Pinocchio ja auch ne Grille hat und so Das ist so geil Mega cool Was hat er da Mit was Mit was will er mich verprügeln Mit nem Arm Ey wow Ach da oben drauf Ach man ey Okay Okay Jungs Ey Sägeblatt Termit All dieses Zeug Das Spiel einfacher machen soll Aber Für mich irgendwie Keine Ahnung Ich benutze sowas kaum Im ersten Moment sieht das so aus Als könnte man hier so die Wände kaputt hauen Aber geht nicht Aha Da noch kurz War mir nicht sicher Ob ich es Ob es hier weiter geht Ey Wo kommst du denn her Aber Hier ist noch ein kleiner Loot Und dann geht es hier runter Ah Anderer Weg Alternative Eine alternative Route Hier hat gerade Gemini hat rot geleuchtet Das heißt hier ist irgendwo Da ist er Zwei Bleib hier Nice Das sieht hier auch wild aus Reiseführer der Mondscheinstadt Die Mondscheinstadt Das ist ein gelegener Ort in der Stadt In dem wir pilgern Okay Wir pilgern und so Okay Hey Hey Ja Das ist hier alles so ein bisschen Düster So Gräber und so Okay Hallo Uh Ein fetter Wasserfall Und eine Brücke Wow Ja Ja wir sind wohl recht weit unten Und alles voll mit Gräbern Das hier wirkt eigentlich so Als wäre hier so eine Ecke Wo man noch was finden kann Aber Ich sehe nichts So Da lang geht es weiter Das heißt Wir gucken erstmal hier Hier passiert gleich was dummes Ich sehe es schon Hier fallen Leute von oben auf mich drauf Oder sonst Ah ja guck mal Ne 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 Nicht bewerfen Das war mir ein bisschen zu knapp Jungs Leute Erschreckt mich doch nicht Korrosionsbeständigkeitscon Irgendwas Ob ich schon mal ein bisschen Waffen gebastelt hab Ne Hab ich noch nicht Aber bis jetzt bin ich auch sehr zufrieden Ich muss Eine Waffe ausprobieren Die ich gefunden hab Was dort der Was dort der Griff tut Von dieser anderen Waffe Eigentlich könnte ich das mal so Wobei ich das glaube ich schon probiert hatte Ähm Und zwar Würde mich Das hier interessieren Ob ich diesen Griff Nicht für die Axt verwenden könnte Weil ich glaube Der Griff Macht ganz wilde Sachen Er lohnt sich Naja Nur wenn Ich nicht zufrieden bin Mit der Funktion Meines Griffes Ansonsten Macht's ja keinen Unterschied Hey Ah du bist wieder einer Der mit mir kämpfen will Ne Die gesühnte Zug ist nicht mehr in Betrieb Zeige den Stalkergruß Ja klar Ich weiß nicht wann ich den Schlüssel für die Seilbahn Dankeschön Ich weiß nicht wann ich den Stalkergruß gelernt hab Aber ich habe ihn gelernt Ihre Waffe sieht verdammt cool aus Wenn man die haben will Sollte man sie verprügeln Ich bin Ich bin Ich bin Ladies Und Gentlemen Welcome Abort The Pilgrim's Cable Railway Now Those of you Who joined us In Moonlight Town We hope Your preparations For the Pilgrim's Journey Are well Underway Fascinating town Moonlight Pleasure friends And enjoy the rest of your journey I've been your captain on this ride Gemini Okay Ein kleines bisschen genervt Vielleicht Ein kleines Kleines bisschen So wir wissen jetzt immer noch nicht Warum ich gerade auf dem Weg zu einer Kathedrale bin Ich muss doch noch mal kurz mit Geppetto sprechen Die Waffe kann nicht mehr repariert werden Wenn man die auf Null fallen lässt Auch Auch interessant Ich muss ganz dringend Ganz schnell Nur noch einmal ganz kurz Bei Geppetto nachfragen Warum schickt er mich durch eine Mini Zur Kathedrale Das ähm Geppetto Ich bin mir nicht sicher Was ich mach Kathedrale Okay Deswegen gehen wir da hin Okay Hätte er auch gleich sagen können Was hat er zum Rest zu sagen Bruderschöfte Bin minimal verwirrt Ist Malum Distrikt Der Bereich Indem wir die Da wo wir die Puppe der Frau gebracht haben Oder Das müsste Malum Distrikt sein Wahrscheinlich Ach der kommt noch Gerne Papa Liebend gerne Papa Rosa Isabella Straße kommt auch noch Das weiß ich Weil die ist nämlich da vorne Die Tür Bin ich jetzt schon mehrfach Drangestanden Und es hieß Hm du hast keinen Schlüssel Gib mir erst den Schlüssel Du brauchst den Schlüssel Zur Rosa Isabella Straße Äh ja Haben wir nicht Ey ey Ich will hier durch Darf ich nicht Schade Auf den Tisch Ne Na gut Jetzt wissen wir wenigstens Alles klar Geppetto Bittet uns Den guten Bischof zu retten Okay Das hätte er auch gleich sagen können Warum muss ich da nachfragen Ah Sternfragment Brauche ich also für Also Das ist glaube ich Ein richtig harter Angriff Soll ich mal Ich glaube ich mache das jetzt einfach Ich werde jetzt diesen Griff Waffen montieren Und zwar Den Kopf Und den Griff Waffen montieren Oh Was passiert jetzt Ist das direkten Bosskampf Oder was Ne Wow Aua Okay Scheiße Ich habe das Pattern Der Waffe verändert Durch den Griff Ach das ist doch dumm Aber kann ich ja auch zurück ändern Im schlimmsten Fall Ich probiere es jetzt ein bisschen Aber es gefällt mir nicht Finde ich nicht cool Keine Ahnung Ob es da weiter geht Der Griff Gibt das Pattern der Waffe vor Okay Okay und was macht der Ja ja das Okay Und was Was macht dann Was macht dann die Klinge Die Klinge ist nur fürs Level zuständig In dem Fall Ne Ähm Das heißt Eigentlich wäre das Ja besser Ah Die Klinge gibt nur den Schaden Und der Rest ist Okay Hm Hm Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ob mir der Griff Gefällt Ist schon cool Also das Ist natürlich Mega Um Kleine Mobs zu killen Aber ob ich damit Ein Boss Angreifen will Weiß ich nicht Hoppla Eine gigantische Reichweite habe ich hier Gerade mit dem Ding Das ist ganz nice Aber von Also wenn Wir mobs Diese Diesen Griff Gerne Aber dann hätte ich gerne Noch eine Noch fettere Reichweite Noch dickeren Griff Oben drauf Äh Klinge Das ist schon geil Ey Das ist schon Den habe ich vorhin schon Einmal kurz probiert gehabt Oh Hey Ey Warte mal Stopp Ey Ist ja gut Jetzt Wieso stirbt sie jetzt Achso Ist das schon Deswegen wahrscheinlich Habe ich schon Einen Bereich erreicht In dem sie ein bisschen Weniger Schaden macht New Game 1 Funktioniert das nicht Mehr so gut Aber im ersten Run kannst du so Alles One-Hit machen Ja Also Was passiert da Was passiert da irm Ah, das ist... Ah, weg damit. Weg mit dem Schmutz. Bitte wende deinen Zorn von Krat ab. Bete du, der du erschöpft und verletzt bist. Feuerschleifmitteln, okay. Geht's hier weiter? Oder ist das Loot-Bereich? Schwer zu sagen, aber ich glaube hier geht's zurück, oder? Hey, wer bist du denn? Hallo? Apotheker? Was? Okay. Entschuldigung, ich rammel, wenn ich nervös bin. Schreib das. Das wird etwas schneller, als ich kann. Echt jetzt? Jujom, der Ritter des Königs, hat den leuchtenden Baum auf dem felsigen Berg gefunden. Die Früchte des Baumes ähneln Goldmünzen, und diese Früchte sind ein wundersamer Segen, denn viele konnten sich von diversen Krankheiten erholen und der Seuche entkommen. Der hocherfreute Ritter baute eine Burg und ernannte sich selbst zum Heiligen Ritter. Doch vergesst nicht, Besucher, Wunder haben immer ihren Preis, egal wie faszinierend sie auch sein mögen. Du wirst aufstehen und dich um das Land Gottes kümmern, wenn der Engel seine Wenn der Engel seine Schwingung ausbreitet und den Heiligen umarmt und die Kälte vergessen ist. Brechkartusche, Belfort. Okay. Ja, Jujom. Nee, du warst jemand anders, ne? Ähm. Jianjo. Jianjo. Die präzise Dose ist, was die Medizin von der Pfeil verbreitet. Die Goldkornfruppe könnte nur ein Myth sein. Aber im Moment einer Epidemie könnte es unsere Erlösung sein. Kannst du mir wissen, ob du es findest? Ich gebe dir das, mit dem Geld. Ja, klar. Würfel Wiederherstellungs. Wunschstein. Es gibt verschiedene Arten von Wunschsteinen, die auf Würfel angebracht werden können. Mein Gott, jetzt muss ich auch noch würfeln. Die Verwendung von Würfeln verbraucht Wunschsteine. Du kannst einen Wunschstein auf einem Würfel ausrüsten oder ihn durch Jianjo oder einen Stargazer wieder auffüllen. Was? Die Verwendung von Würfel verbraucht Wunschsteine. Du kannst... Und wo ist der Würfel jetzt? Einen Wunschstein an einem Würfel anbringen. Es gibt verschiedene Arten von Wunschsteinen, die unterschiedliche Effekte haben. Bei der Verwendung eines Würfels wird ein Wunschstein verbraucht, aber er wird im Lager wieder aufgeladen, wenn du wiederbelebt wirst oder einen Stargazer besuchst. Die Menschen des Alten gerade wussten, wie man Wünsche erfüllen konnte. Der Wunschstein konnte in einem Würfel aus einem Meteoriten gesteckt werden, um besondere Kräfte zu entfalten. Ähm... Achso, Zusatztasche war... Ne, wie... Wie benutze ich die Zusatztasche nochmal? Ähm... Nach oben gedrückt halten? Nach links? Nach rechts? Ne. Da wäre Waffe wechseln. Wie benutze ich denn diese dämliche Zusatztasche nochmal? Aber ich kann... Muss das auch nicht in die Zusatztasche tun, eigentlich. Ich kann das ja auch hier reintun, wa? Ja. Okay. Okay, der Würfel ist nicht aufgeladen. Oder keine Ahnung was. Hallo? Wie das geht, aber angeblich vielleicht jemanden in die Macht, der das Ergo hat. Okay, kein... Ich bin jetzt auf dem Weg zur Kathedrale. Du kannst mich da finden, wenn du mich brauchst. Okay. Ja, ich bin auch auf dem Weg zur Kathedrale. Ich bin minimal verwirrt gerade mit diesem Würfel. Wir... Beachte den jetzt erstmal nicht. Sondern am Stargazer mal gucken, was da... Was da geht. Das riecht doch nach Boss. Was zum Teufel ist hier los? Heiliger. Da kämpfen Puppen gegen Puppen. Wieso hast du keinen Schaden bekommen gerade? Ach, ja, ist ja gut. Reicht dann auch wieder. Kein Boss. Hier ist einfach nur die Hölle los. Hi, und wer bist du? Outsch. Aua. Ups. Boah, alter. Oh, oh. Scheiße. Mist. Schade. Mit diesem grandiosen Fail. An diesem... Uh. Da habe ich ein bisschen geleckt, glaube ich. Mit diesem grandiosen Fail. An diesem Gegner auf der Brücke. Der mich ein bisschen überrascht hat. Sage ich... Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Überrasch.